Servus, Grüß Gott, hier ist wieder der Günther von City by Bike. Diesmal stehe ich direkt auf dem mittleren Ring, unter mir fahren die Autos, die man sieht, wie das ausschaut. Heute ist aber nicht viel los. Ich bin mir sicher, dass TFT wahrscheinlich alle sogar viel lieber mit dem Radl fahren würden, als da in ihren Blechbüchsen über dem mittleren Ring, der überhaupt keinen Spaß macht, wo immer noch Verkehrshaus ist. Wer gerne mal wissen möchte, wo die Touren sind von City by Bike, am besten den Kanal abonnieren, unter dem Namen City by Bike oder auf Instagram schauen, citybybike-m oder auf www.citybybike.de. Da kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Servus und viel Spaß, ob ihr jetzt in eure Blechbüchsen oder viel besser beim Radl fahren, jetzt wahrscheinlich zum Biergarten. Servus.